Ich möchte heute über nicht geskriptete YouTube-Kanäle sprechen und dazu habe ich mir heute Daniel eingeladen. Daniel war einer der Teilnehmenden bei einer Content-Serie, die wir für einen Kunden produziert haben. Und ich glaube, ich steige einfach jetzt direkt rein. Wir sprechen über YouTube, wir sprechen über YouTube-Marketing. Daniel, was hast du da gemacht und worum geht es? Ja, und zwar war ich Teilnehmer bei der sogenannten Weight Watchers Challenge. Ach, ja. Das war ein YouTube-Format, was wir hier intern entwickelt haben zusammen mit Weight Watchers, wo wir halt drei Teilnehmer genommen haben, die an einem Triathlon teilnehmen. Beim ersten Mal komplett unvorbereitet, das war quasi der Start in diese Serie. Also wirklich drei, in Anführungszeichen, unsportliche oder auch Leute, die nicht dazu kommen, viel Sport zu machen, aber gerne mehr machen würden. Wie zum Beispiel Cara, die da auch mitgemacht hat. Und diese drei Leute sollten dann halt diesen Triathlon absolvieren, schauen, wie sie damit zurechtkommen und dann hatten wir acht Wochen lang Zeit, dafür zu trainieren. Also dann mit einem Triathlon-Trainer zusammen, mit einer Ernährungsberatung, acht Wochen Zeit, uns dann auf den finalen Triathlon vorzubereiten und dann zu schauen, okay, reichen diese acht Wochen, wenn man sich wirklich mal auf so ein Ziel fokussiert, schaffen wir das, dann diesen Triathlon final zu meistern oder halt nicht? Ich, ich finde es so gut. Während du es mir erzählst, finde ich es schon wieder spannend, obwohl ich es schon gesehen habe. Also, warum reden wir jetzt darüber, ist vielleicht eine ganz gute Frage und das kann ich, glaube ich, ganz gut teilen, weil letzte Woche die finale Folge online gegangen ist. Und für mich ist es jetzt, glaube ich, auch nochmal ganz schön, dass wir das Ganze mal so ein bisschen abschließen, diese große Karotte, die wir vor Augen hatten in dieser Geschichte, die ist erstmal erreicht. Und das ist für mich ein großartiger Punkt, einfach das auch einmal zusammenzufassen. Und ich finde, WW hat da auch geschafft, etwas Schönes zu machen, nämlich diesen Motivational Aspekt mehr zu nehmen. Also es ging gar nicht um, also klar ging es bestimmt, also es ging auch in Teilen um Ernährung, aber es ging eigentlich hauptsächlich darum, sich ein Ziel zu setzen und das irgendwie narrativ voranzutreiben. Genau. Vielleicht kannst du, und du hast jetzt eigentlich wunderbar das Konzept zusammengefasst, ich finde es großartig, so toll hätte ich es gar nicht machen können. Vielleicht kannst du mal so vom großen Ganzen mal hin zum Anfang kommen. Also, wie ging das Ganze eigentlich los? Also, du warst ja einer der Teilnehmenden. Richtig. Was machst du hier bei KleinAber? Und wie kam es dazu? Ja, also bei KleinAber bin ich als Cutter oder Creator angestellt, das heißt, ich kümmere mich um Videoschnitt, aber auch darum, dass wenn mal ein Dreh ist, dass ich auch Filme oder mal Ton mache. Das ist ja bei uns so mit drin in diesem Creator, deswegen sind wir nicht nur Cutter, sondern halt Creator. So, und ja, WW hat halt Leute gesucht, die da teilnehmen möchten und wir haben halt auch bei uns in der Agentur dann mal rumgefragt, wer da Bock drauf hat. So, und dann haben sich wirklich, glaube ich, recht viele beworben, ne? Ich weiß nicht, die genaue Anzahl weiß ich nicht genau. Aber, und ja, und WW fand irgendwie, fanden die mich halt irgendwie auch cool. Da musste ich so ein kleines Bewerbungsvideo machen. Da habe ich mir dann selber so ein kleines Script zusammengeschrieben. Hast du das eigentlich gesehen? Nee, das kann ich nicht. Kann ich dir mal zeigen. Das ist eigentlich ganz witzig geworden. Also, du wurdest genommen. Ja, genau. Zieh ich dann da raus. Ich meine, du hast das ja auch schon gespoilert. Ja. Und dann warst du eigentlich drin. Jetzt ist ja das Spannende daran, also, ne, wir produzieren ja Markenkanäle und das ist für mich das, was mich eigentlich so ein bisschen on fire setzt. Also, in vielen Fällen wird halt gescriptet. Also, wenn wir Kochvideos machen, das ist halt Pflicht, da muss man halt das Rezept zusammennehmen. Da fängt es ja schon an. Das ist vielleicht das Lockerste, was wir so auch auf der anderen Seite machen. Aber wir haben hier wirklich was, was so nah am Leben ist, das kann man halt nicht skripten. Man kann nicht skripten, dass du, keine Ahnung, in der ersten Woche einen Krampf ums Bein kriegst. Das kannst du skripten, dann wird es aber schlecht. Also, was, was in Anführungszeichen gescriptet war, weil wir haben ja auch bestimmte Stationen gehabt auf dem Weg. Das heißt, wir hatten auch zusammen mit einer Ernährungsberatung so ein Kochen zusammen oder wo ich mit der halt über den Markt gegangen bin und eingekauft haben. Also, die Grundidee war quasi da. Genau. Dafür gab es ein grobes Skript, wo man dann sagt, okay, wir gehen auf diesen Markt und wir kaufen einen und danach kochen wir. Ja. Aber alles, was abseits davon passiert ist, wir hatten ja jeder, also wir waren ja drei Teilnehmer, Maria, Cara und ich, und wir haben jeder eine GoPro mitbekommen. Das heißt, wir sollten unseren Prozess auf dem Weg zu diesem Triathlon halt selber filmen, wie zum Beispiel bei Seven vs. Wild auch. Genau. Wo die halt auch mit den GoPros unterwegs waren und sich selbst gefilmt haben. So, das heißt, jedes Mal, wenn ich dann abends irgendwie aufs Fahrrad gestiegen bin oder so, im Idealfall, habe ich dann auch die GoPro angemacht und habe mich selber bei dem Prozess halt gefilmt und ein bisschen gevloggt. Also, okay, wie geht es mir jetzt gerade dabei? Wie fühle ich mich? Was läuft gut? Was läuft scheiße? So, und das war so die Mischung aus den beiden Komponenten. Und jetzt, wo du so die Mischung eigentlich so perfekt skizzierst, so, wie hat sich das für dich als Teilnehmender eigentlich so angefühlt? Also, ich meine, ähm, ich ... Sich selbst zu vloggen? Ja, also, zum Beispiel, so ein Skript ist für einen Creator, Creatorin natürlich eine Sicherheit. Man weiß, okay, das ist es, das wird von mir erwartet. Und, ähm, da gehst du natürlich sehr offen rein und ich glaube, also, du bist ja selber auch aus der, ähm, aus der Postproduktionsecke. Ich glaube, dass es dir vielleicht auch sehr leicht gefallen ist, auch ein bisschen geschichtlich visuell zu denken. Ja. Ähm, wie war das eigentlich für dich als Creator? Wie hast du dich damit gefühlt, einfach so selbst die Story zu sein? Ähm, also, ich fühle mich dabei eigentlich relativ wohl. So, ich stehe eigentlich ganz gerne vor der Kamera. Und, ähm, ja, man hat natürlich auch, wenn man jetzt vloggt, man muss ja auch nicht den ersten Vlog nehmen, den man jetzt aufnimmt, sondern man kann ja nochmal einen zweiten und dritten machen und die anderen löschen. So, ne? Also, das ist natürlich auch passiert. Die Trauergeschichte nochmal nachstellen. Ja, nee, klar, aber es ist trotzdem in dem Moment entstanden. Also, es ist nicht so, dass ich vorher gedacht habe, okay, was kann ich jetzt sagen? So, ich habe die angemacht und ich habe losgelegt. Ähm, mir macht das Spaß, so, mir liegt das irgendwie. Ich weiß nicht, wo das herkommt. So, es könnte ja auch sein, dass, ich weiß nicht, Maria vielleicht, dass ihr das vielleicht nicht so liegt. Ähm, aber die hat sich da auch super reingefuchst. Ganz kurzer Punkt, den du angesprichst. Ähm, wer waren denn die anderen Personen, die teilgenommen hast? Also, du warst ja nicht alleine. Wer war denn noch mit im Boot? Genau, ich habe schon gesagt, Maria und Cara. Cara ist ja bei uns Geschäftsführerin. Hm. Die ist auch mit dabei gewesen. Engagiert, würde ich sagen. Total. Also, gerade, das war ja auch so ihr Knackpunkt, ne? Also, das Ganze zeitlich. Also, neben der, ähm, Stelle als Geschäftsführerin, die ja schon sehr zeitig sehr einnehmend ist, und dann hat sie auch Kinder und die haben auch noch einen Hund zu Hause. Und das alles unter den Hund zu kriegen und dann auch noch Sport zu machen und für sowas Krasses wie einen Triathlon zu trainieren, ist halt nicht ohne. Und Privatleben. Ja, das sollte irgendwo auch nochmal sein. Ich glaube, das gibt es auch nochmal. Weiß ich nicht. Genau, das war so ein bisschen ihr Knackpunkt. Also, sie ist nicht so komplett unsportlich, ne? Sie ist total gut im Schwimmen schon vorher gewesen. Und es ist bei ihr halt eher so eine zeitliche Nummer. So, wann soll sie das irgendwo noch unterkriegen, halt Sport zu machen. Total. Und das war dann auch so ihre, ich nenne es mal Leidensgeschichte. Aber das ist so ein bisschen auch das Narrativ von ihr. Ne, wir hatten alle drei so eine eigene Sache. So ein eigenes Setting, die man da rein startet. Genau, Maria zum Beispiel. Sie konnte zum Beispiel gar nicht schwimmen vorher. Das heißt, sie hat nie gelernt, wie man richtig schwimmt. Sie hat auch in der einen Folge erzählt, dass sie wohl als Kind fast mal irgendwie ertrunken wäre. Und das wohl nicht nur einmal, sondern zweimal. Und dann hat ihr Vater oder ihr Eltern auch gesagt, so, nee, du lernst kein Schwimmen. Dann machst du, okay, nee, warte, das ist ja die falsche Entscheidung an der Stelle. Eigentlich schon, ja. Aber sie konnte halt vorher gar nicht schwimmen. Und sie hat jetzt über den Prozess von dieser ganzen Weight Watchers-Geschichte halt das Schwimmen auch gelernt. Sie hat richtig ein Schwimmtraining, auch ein Abnehmen bei. Und genau, das war so Marias Steckenpferd. Einmal die Unsportlichkeit und auch ein zeitlicher Aspekt bei ihr auch ein bisschen. Aber Cara war eher ein zeitlicher Aspekt, Maria so diese Schwimmgeschichte. Und bei mir war es halt auch das Abnehmen zum Teil. Und irgendwie da sportlicher zu werden, weil ich halt echt extremes Übergewicht hatte und auch immer noch habe. Aber ich habe jetzt in der Zeit von Weight Watchers, ich glaube, acht Kilo abgenommen. In dieser ganzen, in diesen acht Wochen, in dieser ganzen Phase mit dem Sport. Und vorher halt auch, ich habe jetzt insgesamt seit letztem Jahr Juni, glaube ich, 25 Kilo verloren. So. Boah, Respekt. Danke. Genau. Und das war so mein Steckenpferd halt. Trotz Unsportlichkeit halt diesen Weg zu finden, wieder Sport zu machen. Was zu tun und zu sagen, nee, ich setze mich jetzt nicht aufs Sofa und zockse, sondern ich mache Sport. Das ist nämlich mein Problem. Was denn? Ja, mein persönlicher, jetzt persönlich von mir gesprochen. Mein Ding ist, alle zwei Tage Sport und wenn es nur zehn Minuten Übung zu Hause ist, weil ich, ich, ab und zu bleibt es liegen. Dann kommen Dinge dazwischen. Ja, ja, genau. Und dann denkst du, ja gut, habe ich gestern ja jetzt auch nicht gemacht. Dann zweites Mal ist ja auch okay und zack, hast du es zwei Wochen nicht gemacht. Also, was ich sehe, ist halt, dadurch, daraus die Motivation schöpfen. Und das war so ein bisschen dein Ding auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt auch gemerkt, als ich dann losgelegt habe, ich war dann auch das erste Mal laufen. Ja. Ich konnte, weiß ich nicht, ich bin 50, 100 Meter gelaufen und dann war es vorbei, weil das Gewicht halt so krass auf die Knie und auf die Beine drückt halt einfach, dass du auch von der Puste her konditionsmäßig, dann war Schluss. Dann musste ich gehen, dann ging es nicht mehr. So, und das ist halt so ein Punkt, wo du dann selber auch merkst, okay, also ich bin mir bewusst, dass ich was tun muss, aber dann merkst du es halt auch nochmal. Und du denkst, okay, wenn ich jetzt nichts tue, ich bin jetzt auf 34, solange muss man halt auch mal aus dem Puschen kommen wieder und was dafür tun. Fit zu bleiben auch. Ja, fit zu werden überhaupt wieder. Erstmal von null auf mindestens 50 Prozent kommen. Ja, mindestens. Stark. Das ist ja jetzt sehr konzeptioneller Natur gewesen, worüber wir hier übergesprochen haben. Also für mich auch als Stratege hier bei Blackline, aber ist ja das Interessante und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen mein Feuer für diesen Case an sich. Ja. Wir haben ja viele verschiedene YouTube-Kanäle, die wir machen und oft ist das große Hindernis bei Marken, sie dazu zu kriegen, zu verstehen, dass so ein YouTube-Kanal eigentlich wie so ein Podcast betrachtet werden muss. Man muss immer überlegen, man verfolgt einen Podcast, weil da jede Woche das kommt, was ich mag. Immer das gleiche, immer das gleiche Konzept, sage ich mal im Grunde. Und bei WW, die waren total offen für unsere Beratungen und das war ein totaler Weg, ein total schöner Weg da, eben mit den Kundinnen darüber zu sprechen, was auf YouTube funktioniert und so. Und wir sind sehr schnell auf diesen Punkt gekommen, einen eigenen Kanal zu gründen, was für eine Content-Serie, die in sich ja ein Konzept ist, was wir damit ja jetzt geschaffen haben, total wichtig ist, damit man versteht, was man als Zuschauer denn bekommt, wenn man denn hier ein Follow dalässt. Und unfassbarerweise, der Kanal ist, glaube ich, vor zwei Monaten gestartet. Ich glaube, wir sind jetzt bei 30.000 Subscriber. Ich glaube, so plus minus 80.000 Views. Das wird gesehen, würde ich mal behaupten wollen. Auf jeden Fall. Ich leite vieles daraus natürlich aus eben dem Storytelling ab und darum ist so für mich das große Interesse, weil ich finde, dieses sich was vornehmen, das Verfolgen und es begleiten, vor allem so nah an Menschen wie möglich. Vor allem ist es ja auch so eine Reise, die du auch als Zuschauer dann mitmachst. Du begleifst ja die Leute von 0 auf 100 mit. Du erlebst die Tiefen und die Höhen mit und ich meine, jeder identifiziert sich ja irgendwie mit Sport machen und keinen Bock haben, was zu tun und das war auch so ein bisschen mein Ansatz dabei, den ich auch noch verfolgt habe, ist halt anderen zu zeigen, Leute, wenn ihr wirklich was tun wollt, was erreichen wollt, dann fangt einfach an, macht was. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich eigentlich dann nämlich hinaus drauf will, ist halt als Marke zu verstehen, dass wenn man auf YouTube unterwegs ist, man nicht Logo in your face und hier sind die Image-Spots von uns, sondern es reicht, wenn man mit Videos die eigenen Werte vermittelt. Mhm. Oder derjenigen, dann ist es halt immer, die vertritt so ein bisschen meine Ansicht oder andere Sachen und genau da muss man als Marke sein, zu sagen, hey, ich mache jetzt ein Konzept auf einem Kanal, wo die Leute etwas erleben können, was unseren Werten entspricht. Und das haben wir da, also finde ich wunderbar mit den Kundinnen gemeinsam hingekriegt. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde es auch total stark, dass wir da auch mit den Teilnehmenden da so positive Resümes schließen können. Wie sieht es denn jetzt aus? Also für dich, das Ding ist jetzt durch. Bitte Spoiler nicht, aber hinterlässt das jetzt eine Lücke? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Nein, krass, die Antwort habe ich nicht erwartet. Ich bin so ein bisschen danach tatsächlich in eine Art Loch gefallen, weil ich fand das unglaublich motivierend, diesen Aspekt zu haben. Einmal, dass ich andere Leute motivieren konnte mit irgendwas auf dieser Reise und dass da auch zum Beispiel ein Trainer im Hintergrund war. Wir hatten ja so einen Kalender, so ein Tool, wo er unsere Trainings eingetragen hat. Und wenn du die nicht gemacht hast, wurde das rot. Das hat mich mega getriggert. Alarm. Ja, ich war tatsächlich auch während des Trainings in einer Woche, das war, war ich halt krank. Ich konnte eine Woche lang nichts machen, dann war dieser ganze Kalender rot. Das hat mich so fertig gemacht innerlich. So, das war halt ein zusätzlicher Motivator einfach, ne? Ja. Und das ist jetzt halt weg. Man sieht halt, ja. Das ist weggefallen, so. Okay. Aber ich möchte jetzt nicht aufhören, das will ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Wochen nicht mehr viel gemacht, aber ich möchte jetzt wieder anfangen. Ich möchte mir einfach ein neues Ziel suchen, auf das ich jetzt hinarbeite. Ich hatte mal überlegt, kennst du diese so Tough Mother Xletics, diese ganzen Schlamm-Hindernis-Laufgeschichten? Für sowas vielleicht mal zu trainieren und zu sagen, gut, ich arbeite jetzt daraufhin und das ist mein nächstes Ziel. Und das hast du privat daraus gezogen. Ja. Also als Teilnehmender. Ja. Ich muss sagen, das ist ja auch irgendwo das, was wir mit dem Kanal auch bei den Zuschauenden auslösen wollen, dass die Leute sich was vornehmen und merken, hey, wenn ich es mir vornehme, wenn ich mir vielleicht auch meine Karöttchen unterwegs nehme. Ja. Dann kann man sein Ziel erreichen. Ja. Und ich finde es super spannend, dass du für dich da jetzt auch das rausgezogen hast und jetzt weiter warst. Und wir drei, wir haben halt auch gemerkt zu dritt, dass es einfach viel mehr Spaß macht, wenn man was zusammen macht. Ist ja auch irgendwie, ne? Statt alleine vor sich hin zu trainieren. Und wir treffen uns halt jetzt immer noch zu Sachen, die wir zusammen machen. Wir suchen jetzt immer irgendeine total neue, verrückte Sache raus, die wir noch nie gemacht haben. Ich bin begeistert. Wir waren neulich beim Boxtraining zu dritt. Hä? Wir haben uns so ein Boxtraining organisiert und da waren wir dann 90 Minuten, haben wir hier, das war sogar Thai-Boxen. Das heißt mit Treten und. Aber nicht gegenseitig, oder? Doch. Ach so. Erst haben wir gezeigt bekommen, wie es funktioniert. Geschäftsführerin kommt ja vorher mit einem blauen Auge. Ja, das kann auch nicht jeder sagen, dass er schon mal sich mit seiner Geschäftsführerin geprügel hat. Das finde ich großartig. Ebenfalls, genau, haben wir dann gezeigt bekommen, wie das so funktioniert. Und danach durften wir in den Ring rein. Natürlich dann nur mit der Führhand so ein bisschen. Und vielleicht einmal drehen. Das ist schon Fachbegriffe hier. Ja, genau. Und ja, super cool. Und das ist auch daraus, so ein Ding, was ich daraus gezogen habe, ne? Ja. Also einmal auch für die Leute, die das dann vielleicht sehen, sucht euch Leute, mit denen ihr was zusammen machen könnt. Sucht euch Buddies, die auch Bock haben, was zu ändern oder was zu erreichen. Und probiert einfach mal neue Sachen aus. Das hilft. Ich habe einen von unseren Kollegen, mit dem treffe ich mich, reden wir nicht zum Schwimmen. Es ist halt ein Termin und es wird nicht geskippt. Das ist der regelmäßige Termin. Ja. Und also wir haben es jetzt nach Corona aufhören lassen und wir haben es jetzt auch tatsächlich nicht aktuell. Aber wir haben jetzt darüber gesprochen, es wieder anzusetzen. Und ich glaube auch, so eine, also mit Freunden, Freundinnen sowas anzugehen, ich glaube, das ist immer für ein Vorteil, um sich zu motivieren. Also ein großer Tipp. Und ich glaube, ich würde das Ganze abschließen mit Content, der verbindet. Also das habt ihr auch immer großartig geschafft. Darum, ich bedanke mich ganz herzlich für die Insights. Sehr gerne. Ich glaube, es ist einer der Cases, die mich gerade mit am meisten begeistern, weil es einfach eine schöne Geschichte ist, weil wir schöne Ziele haben, weil wir von den Werten ganz gut sind. Ich liebe das ganze Projekt auch. Das ist einfach super, super cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde auf jeden Fall weiter das Ganze verfolgen. Und danke für die ganzen Insights. Ja, sehr gerne. Danke. Hattest du irgendwas, was du noch erzählen wolltest? Dann können wir uns nochmal irgendwo... Ich hatte gerade noch überlegt, ich hatte auch die Idee, selbst vielleicht einen Kanal zu machen, in der Richtung. Aber du hättest ja auch über deinen eigenen Kanal. Ich habe keinen eigenen Kanal. Ja, TikTok? Ja, gut, da war ich nicht. Komm, der ist Fan, das ist großartig. Ich kenne dich über TikTok. Ich kenne dich nicht durch das Internet. Wir können nachher über einen Podcast, können wir über einen eigenen Podcast Das ist übrigens jetzt die Endcard jetzt. Ja, genau, wir labern einfach nur. Die Endcard ist einfach nur...